Hey Leute! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Okay, ich hör auf. Hierbei, T-C-T-O, Pokémon Sommerkartenspiel Online. Ich hab gestern mal meine E-Mails zuschaut und auf einmal ein Newsletter von Pokémon. Ich guckte mir das so an, scroll mal ein bisschen runter, was ist so da. Man wird natürlich wieder gespoilert ein bisschen, was Sonnen am Mond geht. Dort wurden die Phase-1-Formen von den Startern gezeigt, was ich natürlich ein bisschen schade finde. Wollte ich alles selber herausfinden, auch deutsche Namen, blablabla. Aber das scrollte man weiter und da gab es ein kleines Fenster mit einem Code für T-C-G-O. Ja, eingelöst und ich hab einfach so einen Dampfkesselbooster bekommen. Vielleicht habt ihr auch den Newsletter. Vielleicht guckt ihr mal rein. Ja. Aber es ist nicht tauschbar. Man kriegt einen Code und es ist nichtmals tauschbar. Das ist doch, ganz ehrlich, das ist doch eine Verarsche, oder? Leute, das ist doch echt eine Verarsche. Man bekommt tatsächlich von Pokémon Company ein Code in der E-Mail drin. Und das Booster ist nichtmals tauschbar? Egal, wir öffnen das jetzt und öffnen auch den ewigen Anfang. Den hatte ich, glaube ich, gestern bekommen. Ja, in den Karten. Der Minky. Krupphock. Nachtmah. Das aktive Pokémon des Gegners schläft jetzt. Salz in die Wunde streuen. Ich schiebe beliebig viele Schadensmarken von den Pokémon auf der Bank eines Gegners in beliebiger Weise von anderen Pokémon. Also, er hat jetzt nicht so krasse Pokémon-Fähigkeiten. Das hätten sie anders machen sollen. Hätte man immerhin irgendwie Schaden anrichten können. Naja, mal gucken. Ist eigentlich ein interessantes Pokémon? Was haben wir denn hier? Ja, B, abbrechen. Ach ja, Kampusstrahl. Also, naja, vielleicht hier. Kein Spieler darf A-Sklasse-Karten von seiner Hand spielen. Wer spielt denn schon heutzutage? Sehr, 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 sehr selten, dass jemand A-Sklasse spielt. Ewig anfangen. Komm, da muss was drin sein. Da muss was drin sein. Es wird mal wieder Zeit für einen... Für etwas Geiles. Leider nicht. Leider nicht. Le-Pumentas. Hyperstrahl. Hilf eine Münze und leg über den Kopf an das aktive... Rückentwickelte... Rück... Was? Rückentwickelte... Jedes entwickelte Pokémon deines Gegners. Deinen Gegnern... Dein Gegnern nimmt die höchste, darauf liegende Evolutionskarte auf seiner Hand. Das hat doch... Okay. Okay. Joa. Was soll ich dazu sagen? Egal. Ihr habt ja schon gesehen... Dass heute... Das Nibuna Deck dran ist. Und zwar aus dem Format Älteren. Das nennt sich ja immer noch kalkuliert. Ich hab halt auch nix umgeändert. Es ist so, wie ich... Äh... Wie ich... Wie ich da sonst immer gespielt habe. Ähm... Joa. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mal ein paar Siege damit raushauen können. Mal schauen. Auf jeden Fall... Kalkulisiertes Risiko. Ist schon nice. Mit Owei zusammengepaart. Kann das schon 120 Schaden vorsachen. Ist schon krass. Ist schon krass. Nein, ich spiele nicht. Nur in Livestreams. Kalkuliertes Risiko. Also während der Folgen nehme ich keine Gegner mehr an. Nur noch in Livestreams. Es tut mir leid, aber ich habe das hier komplett umgedreht. Sonst habe ich das ja so gemacht, dass ich eine Aufnahmezeit habe und eine Stunde Video gemacht habe, um da mit euch gemeinsam zu zocken, also gegen euch zu kämpfen. Aber das kommt einfach nicht mehr gut an. Eine Stunde kommt einfach nicht mehr an. Und deswegen habe ich gedacht, ab der zweiten Staffel wird sich einiges ändern und in Livestreams. Ihr seid live. Ich bin live. Ihr könnt mich herausfordern. Dafür ist der Livestream sogar auch gedacht. Unter anderem. Auch mal Turnier zu spielen. Auch versuchen, irgendwie gemeinsam ein Turnier beizutreten. Wenn ich halt jetzt eine 30-sekündige Verzögerung habe, ist das schwer. Aber eine 10-sekündige geht eigentlich noch in Ordnung. Weil ich würde es gerne mal ausprobieren, dass einige Leute von euch auch im Turnier drin sind. Ihr braucht natürlich Voraussetzungen, die Eventskarten. Ich glaube, ich fange mal an. Ich glaube schon. Okay, wir haben Darkrai, wir haben Sneebel, wir haben Sneebuna. Zufallsanfänger, Zufallsanfänger, okay. Mal schauen. Ja, gestern, das erste Match war sogar ein Zuschauer. Also, Bissbarg, okay. Ähm, richtig cool. Also, richtig cool, dass ich einen Zuschauer getroffen habe, der mir natürlich unbekannt war. Aber, ähm, ist schon cool. Hm, was habe ich denn? Wir machen das mal so. Holen und... Andere Pokémon. So, ähm... Ja, dann fertig. Mehr können wir nicht machen. Hm, hm. Äh, 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 eine... Pff, ein... Ich höre es gleich hier. Ein Energiebräuch. Tringend. Bissbarpflaster bringt mir eh gerade nichts. Hätte ich eigentlich auch wegpacken können. Aber, äh, brauche ich für die anderen Sneebels und Sneebuna. Meisterball. Okay, hier haben wir eine A-S-Klasse. Darüber haben wir gerade geredet, ne? Und dann spielt einer eine A-S-Klasse-Karte. Portrait. Okay. Er kann den Effekten nutzen. Was hat er nur vor? Portrait ist auch interessant. Er kann jetzt Enven nutzen. Das ist natürlich jetzt für mich Kacke. Oh, er hat Kyoko und... ...Rhodon als... ...Legendäre Kiste. Kyoko und er hat's natürlich... Ich glaub's nicht. Er hat's. Er hat's. Er hat's. Er hat's. Er hat's. Er hat's. Krasses Deck. Wie machen wir das? Wir machen erstmal Energiesuche. So. Dann entwickeln wir... ...Kann wir schon mal Schaden drauf machen? Meinteoretisch. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ver glimpfung. Und immerhin 90 Schaden. Besser als gar nix. Das ist schon krass. Was hat er denn? Gewaltige Eruption. 100 Mal... ...Lege all... Er hat echt gerade mega Glück, ne? Was das angeht. Also ich brauchte... Ich brauch dringend so ein paar Treffa-Biegel. Aber zum... Endlich sehen wir mal... ...diese Karte hier. Kyoko und Rhodon Legenda. Aber ich kann's irgendwie trotzdem nicht entziffern, was da was... ...steht. Ich kann's nicht entweder... ...zureniere. Also... ...lalala... 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 jetzt habe ich schon mal zwei schaden jetzt die bunda auch noch wegschmeißen hätte ich vielleicht sogar machen sollen und das keldio auszuschalten mal gucken was er nimmt das ist jetzt mit 30 kb mehr über der eruption kommt gleich was er nimmt da geraldine Ich kann sogar noch Professor Ei spielen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Warte mal, ähm... Ich mache jetzt 60, ne? Ich will schon mal Schaden anrichten, aber das soll wohl nicht so sein. Ich nehme es jetzt an. Ich spiele jetzt einfach mal Hagelstuhl. Mhm. Er kann austauschen. Sechshundert fucking Schaden! Alter! Oh, ich habe eigentlich verloren, ne? Zu wenige Pokémon. Es sind zu wenige Pokémon! Warum? Warte mal, wir holen uns jetzt noch welche. Ihn hier. Wie viel brauche ich? Lasst mich mal ausrechnen. Ich brauche sechs Stück, oder? So habe ich das jetzt eigentlich gerade gemacht. Ein bisschen dumm, ne? Moment, ich brauche sechs Stück. Ich hab's gleich. Holen wir uns noch das andere Oval. Nein! Ich will den Level Ball haben. Ich will den Level Ball. Jetzt irgendwas Eigentlich jetzt egal Das kann jetzt weg So Ich habe Eins, zwei Ich habe 180 Schaden Das sollte ausreichen Drei mal Warte mal, ich brauche nur fünf Moment Ich brauche doch nur fünf Ne, 150 Ne, 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 ich brauche hier sogar noch einen Der hat ja 30 Kp mehr Scheiße Scheiße, es funktioniert ja nicht Ich brauche noch ein Pokémon N Kacke, ich brauche hier noch Ein Drecks Pokémon Sonst funktioniert es nicht Er hat ja noch 30 Kp mehr Er hat ja 100, ach Alter, bin ich jetzt ganz bescheuert Sechs mal drei Drei Sechs Neun 120 Und Jetzt habe ich mein eigenes Fleisch Fuck Was Was für voll Idiot bin ich Komm, Geraldine Oh, Dankeschön Ich habe keine Energiesuche mehr Scheiße Scheiße Kacke K-k-k-k-k-k-k-me Nein Letzte Flosse bringt mir gerade auch nichts Weil ich das nicht auf der Bank habe Ich habe mir so In den Arsch Getreten Ey, das ist ja unfassbar Ich kann nicht auswechseln Ich brauche eine Energiesuche Scheiße Oh Mann, bin ich bescheuert Und der hat noch Portrait Ey, Leute Das ist ja echt ein riesiger Fail Ich hätte das Growdown doch ausschalten können So ein Vollidiot Beziehungsweise beide Pokémon Ich hasse ihn Ich liebe dich, Deck Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich Jetzt raste ich aus Jetzt raste ich aus Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Boom In your face Bitch Arschloch Was kann er denn jetzt machen? Boah, ich bin ja nicht so viel, viel, viel drüber drauf gekommen Ey, so einer kack aber auch Ah, ihn hier So, das Keldio da hinten ist auch schon mal down H Chill Gute Lific Levelball Levelball Das Problem ist, ich habe alles jetzt schon verspielt. Eigentlich kann ich nicht mehr gewinnen. Ich muss entspielen. Ja, ein bisschen zu überleben. Ich kann nichts mehr machen, weil ich brauche eine Energie. Drei, ich habe noch Energie drin. Alter, ich bin so ein Vollidiot gerade eben. Aber ein mega spannendes Duell. Oh Mann, oh Mann. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ah, habe ich es verloren? Eigentlich noch nicht. Noch nicht. Ich habe noch acht Karten. Ich habe noch Karten. Sobald ich eine Energie habe, tausche ich aus. Oh Trey, das bringt dir nichts mehr. Nein. Ich kann jetzt auch nichts ausschalten. Er braucht noch Rückzug. Sneebel, Sneebel bringt mir gerade nichts. Nichts. Wer live hast du denn? Noch drei. Gleich mit Hagelsturm, weil er kann... Wieso legt der nicht hier was an? Sehr merkwürdig. Es ist immer noch nix da. Jetzt krieg ich keine Energie. Er will mich austrohren. Ich schweiß die Energie weg. Da kommt ein Keldio hinein. Oh ja, komm mit Keldio. Keldio, komm! Keldio, komm mit Keldio. Keldio, komm mit Keldio. Hey, was will ich mit dem ganzen Bellen? Ich brauche Energie. Ich weiß, dass ich noch Energie drin habe. Ja, das war's. Dann wahrscheinlich... Ey, die Energien sind die letzten... Das ist doch keine... Das ist doch nicht kacke. Da ist er. Hagelstuhl. Mal gucken, was er macht. Er zieht zurück. Jetzt ehrlich, habe ich überhaupt noch irgendwas? Er hat gewonnen. Man! Ich bin so ein Vollidiot. Wie kann ich denn bei dieser eine Sache falsch rechnen? Ich hasse es. Ah! Alter, dieses Griffel, ne? Er hätte nichts mehr machen können. Kacke! So ein verdammter Mist! Ich muss mal gucken, ob ich... Besteuer ich gerade. Alter, ja. Es tut mir leid, aber... Es ist real, ne? Also, warum sollte ich mich nicht ärgern? Jeder... Ich... Ich hab... Ein verdammter Fehler! Einer! Ein einziger! Wieso hab ich das gerade getan mit dem Austauschen? Das hat mir nichts gebracht. Ich hätte das... Grodon, Keogren... Dingsbums, Leggety, Vieh... Besiegen können! Ich hätte alles! Ich dachte, ich hätte zu wenig Schaden. Ja, eine Energie. Eine Energie, ne? Eine zweite hatte ich nicht mehr. Wäre so oder so aus gewesen. Egal, was ich gemacht hätte. So, ich muss mal wieder runterkommen. Sorry, aber... Es musste sein. Ich... Es musste sein, ey. Meine eigene Inkompetenz hat mich hier das Duell gekostet. Ich glaub's nicht, ey. So doof. So doof. W... So, äh... W... Arsch ne? Was? Keine Energiesuche?! W... 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 ja kacke das hat jetzt ja gar nicht funktioniert was ich vorhörte mit finsterpflaster das ganze kombinieren da konnte ich auch nichts mehr machen zwei karten die haben mir eh nicht mehr geholfen ich wollte nur wissen was ich noch habe ob noch energie oder so zwei energien zwei energien hätten wir noch das duell den sieg noch erbracht zwei runden ein Das war's für heute. Ich will ihn ja besiegt haben. Das ist es ja. Ich will ihn ja. Hmm. 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 Dankeschön. Genau das, was ich haben wollte. Ich habe ganz vergessen, dass es ja nur Itemkarten betrifft. Ach, das Milotik geht mir jetzt erstmal nie auf die Eier, ey. Meine Güte, ey. So, ich brauche jetzt vier. Eins, zwei, drei, vier. Damit ist das Milotik-Geschichte. Ah! Ich bin ja sonst auf die Eier noch weiterhin. So, was schickt er rein? Dieses Pokémon. Okay, da reichen drei O-Weiß. Ja. Ja. Wenn er nämlich Branawatz verdient. Ich halte mal noch ein paar Sneebles auf der Hand. Vorsichtshalber. So. Das Branawatz brauche ich schon fünf Stück. Okay. Eins, zwei, drei. Und damit ist das Schlapprohr auch weg. So. So. Professor Ice Theorie. Ist okay. Okay. Da kommt das Branawatz. Werden wir gleich auch mal besiegen. 50 Schaden muss ich leider kassieren. Aber es ist nicht schlimm. Gut. Äh. Dann. Das. 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 Ich spiele einfach nur das. Um halt noch ein Pokémon zu bekommen. Ansonsten lenke ich hier mal eine Energie an. Und. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tschüss, Branawatz. Energie suche. Fick dich einfach nur. Ernsthaft. So. Jetzt. Hab ich eigentlich gewonnen. Jetzt ist, äh. Jetzt ist es kein Problem mehr hier zu gewinnen. Paralyse könnte mir noch was. Okay. Ähm. Muss mal so. Ich hab keine Heilung hier drin, ne? Nichts. Kein Hyperheiler. Gar nix. Deswegen kann ich eh nix machen. Komm Paralyse. N. Oh. Ich krieg drei Karten. Oh. Verwirrung. Wie tragisch. Stört mich eigentlich gar nicht. Jetzt brauche ich. Vier. 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 Ähm. Rückzug. Äh. Dann holen wir uns die drei Ausbreitungsdinger. Und dann holen wir uns noch ein. Was sind jetzt. Ne. Das sind 90. Äh. Ich brauche doch drei. Doch. Drei. 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 O-Weiß. So. Das reicht aus. 60. Ausgewählt. Wundervoll. Geht doch. Geht doch. Alter. Das ist gerade das zweite Match, ne? Deswegen werden... Wird es heute nur zwei Matches geben. Wir haben schon 43 Minuten. Ähm. Deswegen. Verzeiht mir. Aber es... Der erste Kampf war so mega spannend. Immerhin ein Win rausgeholt. Ich hätte zwei Wins rausholen können wahrscheinlich. Ähm. Im ersten Match. Keine Ahnung. Warum ich gedacht habe, dass ich viel zu wenig Schaden habe. Ich habe wohl nicht gründlich durchgerechnet. Na ja. Gut. Aber ihr wisst, dieses Deck ist schon, äh, echt krass. Wenn es euch gefallen hat, dann, ne, Däumchen nach oben. Und... Ich würde sagen, bei weiteren... Acht Daumen hoch gibt es, wie gewohnt, eine weitere Folge von TCGO Pokémon Sammeln Kartenspiel online. Wir sehen uns, also... Bis dann!